Die Sendung heißt ja Deutschland ein Märchen in vier Jahreszeiten. Und da komme ich nochmal auf einen ganz interessanten Punkt zurück. Wir haben ja jetzt nicht gerade Fußball-Weltmeisterschaft und auch nicht Fußball-Europameisterschaft. Da hat man ja gesehen, die Fahnen sind geschwungen. Im ganzen Stadtbild hat man mitgefeiert und das war eine gute Stimmung. Und jetzt nochmal ganz kurz was zum Thema deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Was ja auch Statistiker mal interessieren könnte. Was eigentlich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bedeutet. Wir lassen heute mal das Wunder von Bern außen vor. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Fußball-Kommentator die deutsche Mannschaft so ankündigte. Der dreimalige Welt-, der dreimalige Europameister, der viermalige Vize-Weltmeister und nun auch der dreimalige Vize-Europameister. Die mehrmaligen dritten und vierten Plätze bei Welt- und Europameisterschaften gar nicht mitgezählt. Keine andere Mannschaft war so oft in einem WM-Finale. Nämlich siebenmal. Keine Mannschaft wurde so oft Europameister. Nämlich dreimal. Andere Fußball-Nationen lassen sich auch leicht und kurz vorstellen. England war Weltmeister 66, sonst nichts. Spanien Europameister 68, jetzt letztes Mal auch Europameister geworden, Weltmeister noch nie. Vize-Europameister 84. Holland Europameister 88. Sonst nichts. Nicht einmal Weltmeister, zweimal Vize-Weltmeister. Große Fußball-Nation, nicht ein kleiner Teil der Erfolge deutscher Fußball-Nationalmannschaften. Die wunderbare und gerechte Beschreibung des bekannten englischen Fußballers Gerolinecker. Fußball ist ein Spiel, wo 22 Männer dem Ball hinterherrennen und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Passt weiterhin, besonders nach dem letzten WM-Finale, wo die beiden erfolgreichsten Fußball-Nationen aufeinandertrafen, Deutschland und Brasilien. Übrigens gab es jetzt danach nochmal ein WM-Finale, weil ich diesen Text vor der letzten Fußball-Weltmeisterschaft geschrieben hatte. Aber wie kamen diese Erfolge immer wieder zustande? Nicht durch Glück, Glück und nochmals Glück, sondern durch das absolute Verstehen der Intention dieses Spiels. Nämlich am Ende siegen. Egal ob gut gespielt, 1990 WM-Finale oder überragend EM-Finale 72 oder schlecht WM-Finale 82. Man darf behaupten, dass es zu großen Teilen am unbändigen Siegeswillen und sich in der richtigen Zeit, drei oder vier Wochen vor der WM oder EM zu konzentrieren, an dem größten Potenzial von Kampfkraft und Kondition, spielerisch-strategischer Intelligenz in der Gesamtheit, am insgesamten Verstehen und Verinnerlichen des Spiels Fußball der wichtigsten Sportart der Welt. Der konkrete Fußballplan in Paarung von Mut und Nervenstärke immer wieder ins Endspiel zu gelangen. Egal ob gut oder schlecht gespielt. Das Finale erreichen, obwohl andere besser waren. Das Finale erreichen, weil niemand besser war. Zum Beispiel 1972. Glanzvoll Europameister, Deutschland. Dann stetiges Nachlassen bis zum nächsten großen Turnier der Weltmeisterschaft 74 in Deutschland. Unterquerelen währenddessen innerhalb der Mannschaft. Aber zum Weltmeistertitel für Deutschland hat es trotzdem gereicht. Zwei Jahre nach spielerisch glanzvoll errungenen Europameistertitel. Eine mäßig errungene Weltmeisterschaft. Oder die drei Weltmeisterschaften 82, 86, 90. Hintereinander Deutschland im WM-Finale. 82 schlechter Finalteilnehmer, Vizeweltmeister. 86, 1986 etwas besserer Endspielteilnehmer, Deutschland Vizeweltmeister. Und nächste Fußball-Weltmeisterschaft 1990. Dann überragender Weltmeister. Es gab noch nie eine Fußball-Nationalmannschaft, die dreimal hintereinander in einem Europameisterschaftsfinale oder dreimal hintereinander in einem Weltmeisterschaftsfinale stand. Jetzt werden viele fragen, was ist mit Brasilien und mit Argentinien? Obwohl Brasilien und Argentinien als einzige nicht-europäische Fußballnationen nicht an einer Europameisterschaft teilnehmen können, zeigt die mehrmaligere Weltmeisterschafts-Endspiel-Teilnahme einer deutschen Mannschaft, dass es ein EM-Endspiel zu erreichen schwieriger ist als ein WM-Endspiel. Abgesehen davon, dass bei Weltmeisterschaften im Achtel- bzw. im Viertelfinale fast nur europäische Mannschaften vertreten sind. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schätzt ihre jeweiligen Stärken während eines großen Turniers realistisch ein. Verlass auf die Stärke während eines Turniers in Kombination von Angst anderer Nationen vor ihnen. Obwohl in Freundschaftsspielen unter Umständen vorher schwach gespielt. Die deutsche Mannschaft ist ein ehrliches, sympathisches Team. Ihre Fans, deutsche Fans, müsste sie noch unterstützungswürdiger sein. Die meisten deutschen Fußballfans, das war übrigens noch vor der Fußball-Wettmeisterschaft 2006 in Deutschland, gehen während der WM so weit zu sagen, der Beste möge gewinnen. Am liebsten die Brasilianer oder die Franzosen, denn sie spielen ja so elegant, können den Ball so schön behandeln. Fast jede andere Nation wäre glücklich, ihre Mannschaft stünde wenigstens einmal in einem Endspiel eines großen Turniers. Ich sage mal jetzt Türkei, Portugal, Kamerun, Südafrika, China, wer auch immer. Die Fans würden wochenlang feiern, egal ob gut oder schlecht gespielt. Siegt am Ende die Gerechtigkeit? Ja. Deutschland kein übermäßiges Zeitschinden. Keine hinterlistigen Fouls im Großen und im Ganzen. Zivilisiertes Verhalten auf dem Platz. Andere Länder zeigen sich oft als schlechte Verlierer, zeitschinderisch und unfair. Durch das verhältnismäßig faire Verhalten der deutschen Mannschaft war es im Nachhinein noch schwieriger, so erfolgreich zu sein. Die deutschen Spieler zeigen eine sympathische Freude am Miteinander, auch an der gegnerischen Mannschaft, die dann auch so zum Spiel dazugehört. Miteinander spielen wir mehr als gegeneinander. Diese jungen deutschen Fußballer haben verinnerlicht, dass es nicht ein Fußballkrieg ist, wie die Engländer meinetwegen es gerne hätten, sondern ein sportlicher Wettbewerb zweier Länder. Das unpatriotischste Volk, das betone ich mal, das unpatriotischste Volk siegt am Ende, gerecht schon deswegen, weil die Deutschen mit Erfolg mental umzugehen verstehen. Es steigt ihnen nicht zu Kopf. Fanatische feiern schaden dem Land. Diese Fans feiern den Sieg dann als gewonnenen Krieg. Und das wollen wir nicht. Wir sind besser oder stärker oder sowas. Diese harmlose, sympathische Volksfeststimmung, die in Deutschland geherrscht hat, war eine Bereicherung, an das sich noch viele Länder erinnern werden. 2. 1. 0. 2. 2. 3. tmb.